Die Riesenräder in Myanmar sind einzigartig auf dieser Welt. Im Team klettern Jugendliche wie Spinnen in ihre Position. Das Gesetz der Schwerkraft, verbunden mit Muskelkraft, Kautabak und etwas Schnaps, bringt das Riesenrad in Schwung. Oft schneller als allen lieb ist. Ich mache mir immer Sorgen, bevor der Heißluftballon in die Luft steigt. Klappt das Füllen mit heißem Rauch? Stimmt der Zeitpunkt für den Start? Und wenn dann auch die Feuerwerkskörper wie geplant in der Luft explodieren, bin ich sehr froh und sehr glücklich. Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.